Ja Hallöchen, ich bin gerade hier im Hotel Andreas im Passajatal, Blick ins Freie mit dem neuen Naturbadeteich. Hier eines der Ruheräume, wunderschön angelegt. Hier haben wir die Panoramasauna. Jetzt gehe ich mal mit ihnen hier entlang. Sehr schön ruhig, wenig los. Hier das Herbalbad, die Duschen mit dem Eisbrunnen, Fussmassagebäder, das Aromadampfbad, hier der Birkenwald. Der nächste Birkenwald, sehr harmonisch, wundervolle Farben. So richtig zum Entspannen und Relaxen. Hier, nächster Ruheraum, kann ich ihnen einfach nur sehr empfehlen. Einen schönen Abend. Tschüss.